Mir ist aufgefühlen, du hast zwei rote Seiten, wieso? Das ist ja nicht zugelassen. Ich darf mich wirklich schätzen, von Andro immer auch im Sommer mit den neuesten Belegen ausgestattet zu werden, um ein bisschen rumzutesten. Ich habe jetzt immer den rasanter C gespielt, mit so einer sehr griffigen Oberfläche auf der Vorhine. Jetzt gibt es den New Zone Belag, der nochmal einen draufsetzt und ich habe das Gefühl, ich teste gerade die verschiedenen Härtegrabe und da habe ich jetzt einfach mal zwei rote genommen, um mal auszuprobieren. Das gleiche Holz, immer das Sintiliac bleibt das gleiche. Aber ich muss euch ganz klar sagen, der beste Sponsor der Welt ist Jola. Du und Erik macht ja auch den Klappenplausch und da würde ich euch auch mal empfehlen, reinzuhören. Es ist ein wunderschönes Wetter in Berlin und ich habe mir Lennart nochmal hier zur Seite genommen. Wir wollen noch ein bisschen locker und flockig torten. Ja, deswegen habe ich ihn hier. Ja, cool, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, Lennart. Schön, dass du in Berlin bist. Wie gefällt es dir in Berlin? Ja gut, ich bin seit Anfang des Jahres hier und habe mir so einen kleinen Traum erfüllt, endlich nochmal nach Berlin zurückzuziehen. Das wissen die wenigsten. Ich bin ja hier geboren, wenn gleich auch schon mit drei oder vier dann Richtung Bremen aufgebrochen. Ich wusste es selber gar nicht. Genau, das wissen viele gar nicht. Berliner, Berliner Jung. Berliner, deswegen so ein bisschen zurück. Ich kenne viele Leute hier, ein Teil der Familie lebt hier. Wie du es weißt, es geht ja schnell auch über die Tische in das Community. Kennt man viele Leute auch. Dich kenne ich, Basti Borcher. Gegner von damals, die immer noch spielen und habe jetzt viele Hallen abgegrast und so und mich überall immer vorgestellt und habe das Gefühl, dass es irgendwie eine ganz lebendige Szene ist hier. Hast du dich vorgestellt oder haben die Leute im Verein sich vorgestellt? Ich bin eigentlich in viele Hallen so reingeplumpst. Irgendwie bei Hertha, hier bei den Füchsen, bei euch. Ich war schon auch in kleinen Hallen im Schieler-Kiez, bei mir in Neukölln und überall wird man irgendwie nett aufgenommen. Ein paar Gesichter kennt man noch von ganz früher. Irgendwie fühle ich mich sehr wohl und macht mir deswegen jetzt auch in der Sommerpause irgendwie nochmal mehr Spaß und fällt mir einfacher, so am Ball zu bleiben. Ja cool. Wie findest du eigentlich die Struktur in Berlin, also was das Training angeht? Ich habe das Gefühl, dass aus Berlin keine guten Spieler mehr so ganz rauskommen und wenn man jetzt den WTTV oder Bayern oder Hessen oder sogar Niedersachsen nimmt, du warst ja auch mal Trainer in Niedersachsen, da kommen dann doch schon gute Spieler raus. Woran liegt das? Ich glaube, dass es immer daran liegt, dass so eine Struktur so ein bisschen fehlt, wo vielleicht professionell in so einer Gruppe mit mehreren Gleichaltrigen zusammen trainiert wird, die dann vielleicht noch einzeln auch was machen im Umfeld und ich habe das Gefühl, dass in Berlin jetzt ein bisschen was da ist. Also ich habe jetzt mir die Eastside Halle angeguckt, da ist eine 24-7 Tischtennis-Halle wieder. Aber es gibt was. Es passiert, es gibt ein paar junge Talente, so wie ich es mitbekommen habe und ich würde mich total freuen, weil es war wirklich immer so. Also es gab immer ein paar, nicht ganz viele, aber doch einzelne wirklich spannende gute Spieler, die aus Berlin gekommen sind. Es spielen so viele Tischtennis hier, so eine große Stadt, aber es liegt so ein bisschen an der fehlenden Struktur. Ich glaube, jetzt ist wieder ein bisschen Ruhe drin im Leistungssport. Ich habe das Gefühl, im Verband war auch viel Trainerwechsel, das habe ich so mitbekommen von außen. Jetzt ist mit Andrej Bondareff, glaube ich, jemand da, der das Zeug hat, die Kids zu motivieren, viermal, fünfmal gut Training zu geben die Woche, sodass da hoffentlich wieder ein paar neue Talente kommen. Aber ich gebe dir recht, das ist schade. Die letzten Jahre ist wenig gewesen. Was machen denn die Trainer im WTTV anders? Ich glaube, es gibt erst mal sehr viele oft in den großen Verbänden. Man hat ja drei, vier, fünf hauptamtliche Trainerinnen und Trainer, die das jeden Tag zweimal machen. Das heißt, du hast sehr viele Möglichkeiten, auch Training zu gestalten, unterschiedliche Trainingssituationen zu kreieren und du hast natürlich dann auch so Flächenländer, die dann eher die Probleme haben, die zusammenzubringen, die Kids. In Niedersachsen weiß ich, die sind teilweise eineinhalb Stunden, zwei Stunden gefahren für jedes Training. Das ist in Berlin ja eigentlich sehr schön kompakt. Das ist ein Vorteil. Eigentlich hast du alles hier vor deiner Haustür. Total. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass du über mehrere Jahre ein Trainerteam hast, das in Ruhe arbeiten kann, wo die Verbandsoffiziellen überzeugt sind, wo die Vereine mitmachen. Ich habe dir schon gesagt, ich finde es auch bis jetzt schade, dass es keine richtige Gruppe gibt für eine Erwachsene-Gruppe, Herren-Damen. Es gibt Bundesliga-Mannschaften hier in Berlin und es gibt eine Menge gute Spieler und Spielerinnen und man könnte eigentlich einfach vier, fünf, sechs Tische voll machen mit heißen, motivierten, guten Spielern. Und ich glaube, es würde allen das helfen, aber es ist so ein bisschen zerpflückt. So ist mein Eindruck. Jeder hat auch Kinder. Der eine wohnt im Norden, der eine im Süden. Das ist halt irgendwie schwer, dann gemeinsam den Weg in die Halle zu finden. Genau. Ich glaube, das würde aber helfen, auch gerade so jungen Talenten oder auch so 15-, 16-, 17-Jährigen, wenn die in so Gruppen mittrainieren, mit dir dann trainieren können. Und dann Basti Borch noch mal die Aufschläge annehmen. Da profitieren junge Spieler total von. Und vielleicht gibt es sowas hier in Berlin. Klar. Genau. Dann gibt es ja noch ein anderes Problem, was mir tatsächlich sehr, sehr oft auffällt. Und da versuche ich auch eine Lösung zu finden. Vielleicht hast du die Lösung. Oder wir alle irgendwann. Irgendwann. Die Jugendlichen werden ja bis zu einem gewissen Alter an die Hand genommen, werden sie, und werden trainiert, bis sie 18 sind, 19 sind. Und danach ist der Jugendtrainer nicht mehr da, weil er dann die anderen Jugendlichen nimmt. Oder wir haben auch das Problem, dass Herren oder Damen in ihrem Verein gar keinen Trainer haben, also der sie an die Hand nimmt und mal so ein systematisches Training irgendwie anleitet. Was kann man da machen? Weil dafür beschweren sich wirklich viele, und ich kann es auch vollkommen verstehen. Und es wäre natürlich cool, wenn wir den Tischtennisleuten da irgendwie was bieten könnten mit Lösungsvorschlägen. Ja, ich finde das auch mal ganz spannend, weil man sieht es ja, wenn es dann angeboten wird, es wird super angenommen. Die sind so motiviert, die freuen sich so, wenn man vorbeikommt. Auch, wie du sagst, auch mal unterklassige Spieler. Weil sie es halt nicht haben. Genau, weil sie es nicht haben. Die sind so motiviert, die sind super dankbar. Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, dass es dann eigentlich so eine Lösung geben muss, dass die Vereine sich mal überlegen, lohnt es sich nicht, noch einen Trainer zu engagieren? Entweder einzustellen oder zu schauen. In Berlin gibt es ja auch einige, die das anbieten, die mal in die Vereine zu holen. Ich weiß, dass du auch hin und wieder Privattraining mal gibt es manchmal. Und ich glaube, dass die Vereine das für ihre Mitglieder ruhig mal machen können und gucken, ob man die Kosten dann irgendwie aufteilt. Weil es wird super angenommen. Zumindest, dass sie es einmal sehen und vielleicht auch so ein bisschen kopieren können. Genau. Und dann auch mal selber anwenden können. Dass sie sagen, okay, Dienstag habe ich jetzt hier Lennart als Trainer oder Ali oder wer auch immer. Ja. Und Donnerstag kopieren wir das und fragen die Trainer vielleicht, wie wir es auch ein bisschen umändern können. So, dass wir dann Donnerstag auch nochmal so einen Tag haben. Ja, oder alle zwei Wochen einmal oder so, dass man sich das in der Sommerpause vielleicht mal gönnt. Und ja, ich glaube, wenn die Vereine so kreative Lösungen finden und irgendwelche Leute kennen, wie jetzt dich oder wen auch immer, der da auch Lust zu hat und das auch toll macht. Du brauchst ja jemanden, der motiviert ist, der zwischen uns lebt und lebt. Klar, der ist dir mit Leidenschaft einfach vermittelt. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt im Vereinstraining mit unterklassigen Spielerinnen und Spielern das machst oder ob du jetzt auf dem Top-Leistungsniveau mit 18-Jährigen, fast Profis arbeitest. Klar. Aber mir hat es auch immer Spaß gemacht. Ich fand es immer überraschend, wie viele die dann mitnehmen und aufnehmen und wie dankbar sie sind. Klar. Und der Fortschritt. Ja, wie schnell das geht. Es ist ja viel schwieriger, jetzt einen guten Jugendlichen aus dem A-Kader in der deutschen Nationalmannschaft noch viel, viel besser hinzubekommen zu. Als ein Anfänger oder so, wo du ihm erstmal die Beinstellung, die Technik und auch andere Sachen beibringst. Ja. Da siehst du den Fortschritt viel schneller und du freust dich. Dann kommt so eine SMS oder so eine Nachricht. Ja, ja. Wie geil, ich bin viel besser geworden, habe den oder den geschlagen, den ich fünf Jahre nicht geschlagen habe. Und du siehst es, witzigerweise. Und das erfreut einen, er fehlt einen. Total. Und du siehst es an dieser Draußen-Community. Da habe ich jetzt auch, letztens bin die irgendwo vorbeigefahren und dachte so, spielen die da, was machen die da? Und die haben draußen trainiert. Das ist geil. Da kam ein Trainer, ich weiß gar nicht, wer das war. Und die haben wirklich Systemtraining an diesen Steinplatten gemacht, weil sie auch heiß sind, sich zu verbessern. Und irgendwie die Idee hatten, wirklich mal so ein Training einzubauen und nicht nur zu zocken. Das ist natürlich der Hauptbestandteil. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass die unterklassigen Leute auch einfach viel zocken und spielen und Spaß haben. Aber hin und wieder so ein kleines Systemtraining einzubauen, bin ich bei dir. Das fehlt oft in den Vereinen. Was schade ist, weil ich glaube, dadurch wird man noch ein paar mehr volle Hallen kriegen. Klar. Ich habe eine ganz wichtige Frage noch zum Ende. Vielleicht auch zwei. Und zwar fragen mich viele Leute, die ich auch trainiere oder auch aus der Community. Ja, Ali, muss man denn Systemtraining machen? Ich mache nur Spiele, habe mich da auch verbessert. Also ich sage immer, spielen ist schön und gut. Aber wenn man sich verbessern will, muss man auch Automatismen aufbauen. Bin ich der Meinung. Wie sich tut es denn? Also, dass man es gut mixt? Genau, ich sehe es auch so wie du. Ich glaube, dass man, wenn man so technische Sachen merkt bei sich, dass man irgendwie mit der Rückkarte oder Vorhand immer wieder den gleichen Fehler macht, dann muss man daran arbeiten. Und das muss man dann isoliert machen, mal sich im Ball einmal jemanden holen oder im Training mit Systemtraining, genauso Übungen, wie wir sie auch eben hatten, zu trainieren, zu trainieren. Das macht nicht immer allen Spaß. Aber wer da fleißig ist, da hast du recht, der verbessert sich auch, egal in welchem Alter. Und dann kann man ja trotzdem an dem gleichen Trainingsabend noch nutzen und in so einem Match ausprobieren. Also ich glaube, das eine stieß das andere gar nicht aus. Aber ich bin bei dir, wenn man sich taktisch, technisch irgendwie so besonders verbessern will, in irgendeinem speziellen Bereich, muss man das schon ein Stück weit systematisch trainieren. Aber ich verstehe auch viele Leute, die sagen, sie wollen zocken. Aber man kann ja auch einfach mal eine Übung auf Punkt spielen. Klar, kann man auch machen. Also so haben wir als Jugendliche oft gemacht. Wir haben drei, vier Minuten die Übung angespielt und dann auf Satz. Und dann Kaisertisch und was es alles gibt gegeneinander, um sozusagen auch diesen Wettkampfcharakter zu behalten. Das kann man ja eigentlich gut verbinden. Ist oft so ein Tipp von mir und kommt dann auch ganz gut an. Manchmal, wenn die Leute sagen, oh, ist mir zu langweilig. Ja, das stimmt. Wir haben früher, ich will jetzt niemanden animieren oder so, aber wirklich eine wahre Geschichte. Wir haben früher mit Stürze immer, haben wir dann um Döner und einen Multivitaminsaft gespielt. Ja, kenne ich auch. Dann hat er mir mal sechs Döner geschuldet, dann ich ihm mal drei. Aber wir hatten natürlich damals kein Geld. Dann haben wir gesagt, ach komm, schenke ich dir Scheiß drauf. Ja, das war auch, ich kenne es. Aber es ist auch gut, es ist ein Anreiz. Dann ärgerst du dich auch. Dann bist du auch immer sauer auf deinen Kumpel. Dann kommt es auch immer zu Streitigkeiten. Dann musst du ihn am nächsten Tag an und dann ist wieder alles gut. Alles gut. Das ist ein guter Tipp. Genau. Irgendeinen kleinen Einsatz irgendwie einbauen. Genau, genau. Du kennst ja auch den Trainer von den Lebruns sehr, sehr gut. Also bist du auch der Meinung, dass Tischtennis wirklich sehr, sehr verbindend ist und dass die Tischtennis-Spieler, egal ob Profis oder nicht, schon sehr bodenständig sind, sodass man den Kontakt auch zu denen pflegen kann und auch andere kennenlernen kann? Ich glaube schon. Also wie du auch, war ich jetzt viel mit Tischtennis unterwegs in den letzten Jahrzehnten, habe irgendwie extrem viele Menschen kennengelernt. Genau, warst du ja in Frankreich. Genau, ich war mal in Frankreich und habe das irgendwie verbunden mit viel Training und habe in verschiedenen Vereinen in Deutschland auch gespielt. Und ich glaube, dass es schon so eine Community ist, die ja so eine sehr eigene Community ist, auch speziell. Das hört man ja auch immer. Aber sind wir auch. Ja, wir gehören ja auch dazu. Wir sind ja mittendrin. Aber als ich in Montpellier war, du hast es angesprochen, da sind auch richtige Freundschaften entstanden, die über den Tischtennis hinaus stehen geblieben sind. Unter anderem jetzt genau, das war jetzt einer von mehreren in Montpellier, mit dem ich damals zusammen gespielt habe, der damals unser Trainer war, der jetzt durchstartet als Trainer, was mich total freut mit den beiden Geschwistern Lebrun. Und der jetzt seinen Weg als Trainer total macht in der französischen Nationalmannschaft. Sowas zu sehen ist schön, aber wir haben hier gar keinen Kontakt wie früher. Also wenn wir miteinander telefonieren, dann frage ich ihn kurz, wie es mit den beiden ist und freue mich für ihn. Aber wir haben unsere Themen, wir kennen uns lange. Und wie du sagst, das ist ja dann oft auch über den Tischtennis hinaus, kann das ja dazu führen, was man sich versteht. Aber es ist schon eine spezielle Community, aber auch eine sehr bodenständige. Ich habe auch das Gefühl, es gibt wenige, die so ganz abheben. Also die so, gibt es auch mal, aber wenige. Und auch wenn man jetzt gerade die Lebruns nimmt, die sind glaube ich ein bestes Beispiel dafür, wenn ich sehe, wie die trainieren in Montpellier, wie die leben. Obwohl jetzt die absoluten Superstars jetzt mittlerweile schon sind. Sehr bodenständig, sehr down to earth, sprechen mit allen, sind sehr offen. Ich glaube, das teichnet jetzt schon viele Tischtennis-Profis aus. Am Ende des Tages können wir vielleicht nur besser Tischtennis spielen. Aber wir sind nicht bessere Menschen, wenn wir jetzt irgendwie nicht bodenständig sind und andere vielleicht auch nicht zugehörig empfinden. Sie spielen alle Tischtennis und deswegen geben wir unser Bestes da auch, jeden gleich zu behandeln. Absolut. Das ist cool. Lennart, ich danke dir, dass du da warst. Ja, auch mal cool, dich so kennenzulernen. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns ja das erste Mal so intensiv unterhalten. Sonst haben wir uns auf Turnieren gesehen. Hi, na, alles klar. Ja, ja, selbst auch. Zwei Wochen vor dem Spiel breche ich den Kontakt ab. Genau, ich auch. Und wir treffen uns hoffentlich mal zum Training weiter. Genau, genau, genau. Erst nach dem Spiel. Dann trainiere ich öfter mit ihm. Nicht, dass er eine Takke... Er hat heute ganz vorsichtig auch trainiert. Genau. Immer die anderen Ausschläge gemacht, die ich eigentlich sonst mache. Genau, genau. Liebe Freunde, lasst gerne ein Abo da, wenn euch dieses Format gefallen hat. Schaut bitte unbedingt auch mal bei Plattenpausch vorbei. Lennart ist wirklich ein super Typ. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass er hier heute mitgemacht hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Ali und Lennart. Euer Lennart und Ali. Ciao. 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 Ja.